Im April 2002 begann unsere Partnerschaft mit NetApp. Seitdem kann ich mir Tim ohne NetApp nicht mehr vorstellen. Drei Jahre nach Beginn der Zusammenarbeit haben wir unseren Partnern dedizierte NetApp-Sales-Spezialisten als direkte Ansprechpartner angeboten. Das war die Geburtsstunde der NetApp-Business-Unit, kurz NBU. Die NBU übernimmt im Sales-Prozess beispielsweise das Sizen, Quoten und die validierte Angebotserstellung. Die zertifizierte technische Beratung in der NBU ist eins von vielen Alleinstellungsmerkmalen im deutschen Markt. Weil NetApp-Systeme ausschließlich von Experten installiert werden dürfen, mussten Partner ohne Zertifizierung früher vom Hersteller selbst installieren lassen. Damit kam NetApp an seine Kapazitätsgrenzen und hat Installationen an zertifizierte Reseller weitergegeben. Das führte dann zu Channel-Konflikten. Die Lösung war, Tim als ersten Distributor zum Contract-Delivery-Partner zu ernennen. Seitdem führen wir Installationen im Auftrag von NetApp durch. Know-how-Transfer war für uns schon immer extrem wichtig, da wir als Channel-Development-Partner für unsere Kunden agieren. Deswegen war für uns der Schritt zum NetApp-University-Partner bedeutend. Heute sind wir autorisierter NetApp-Trainings-Partner und dürfen technische Trainings als auch Pre-Sales-Trainings im Auftrag von NetApp durchführen und auch abnehmen. NetApp optimiert kontinuierlich Ihre Prozesse und daraus folgen unter anderem neue Sales-Tools und die dazugehörigen regelmäßigen Updates. Seither finden und reporten wir eine große Menge an Bugs. Dadurch sind wir entsprechend aufgefallen und sind mittlerweile Bestandteil des weltweit agierenden sogenannten Change Advocate-Team. Vor jeder Produktivschaltung sind wir involviert und helfen potenzielle Bugs zu vermeiden. Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir die Unterstützungsmöglichkeiten für unsere Partner innerhalb kürzester Zeit virtualisiert. Außerdem wurde gemeinsam mit NetApp ein Whiteboard-Training entwickelt, um die Vorteile hybrider Architekturen auf Basis von NetApp-Technologien noch besser aufzuzeigen. Unser NetApp-Team ist stetig gewachsen. Mittlerweile unterstützen den Channel 20 Experten aus den Bereichen Professional Services, Channel Development, Produktmarketing und der Business Unit. Unsere Kollegen sind bestens vernetzt, denn Geschäft wird unter Menschen gemacht. Ich möchte einen Moment sagen, Happy 20th Anniversary zu unserem Distribution Partner, Tim. Partners wie du sind so wichtig in NetApp-Amiah's Partner-Business und du playen eine integral Rolle in helping uns meet unsere Kunden's needs. So, once again, congratulations, Tim, auf dein 20th Anniversary mit NetApp. Thank you for everything that you do, your commitment to us and we're looking forward to many, many, many more prosperous years with you. Thank you. Herzlichen Dank an unsere Partner, das gesamte NetApp und Tim-Team. Sie alle haben diese Entwicklung ermöglicht. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns auf die Fortsetzung.